Falls ich Sie recht verstanden habe, geht es beim Bergsteigen darum, dass man sich einen Ort aussucht, den man Natur nennt, sich dorthin begibt und mit seinem Ich dort kämpft. Vielleicht handelt es sich beim Bergsteigen tatsächlich um etwas von dieser Art. Einem echten Bergsteiger unterlaufen ganz sicher keine Fehler. Da ist der Gipfel bereits zu sehen. Es fehlt nur noch eine winzige Anstrengung und man hätte es geschafft, aber der Körper ist ermattet. In diesem Augenblick kommt es darauf an, ob einer sich beherrschen kann oder ob er das nicht schafft. Bringt er es fertig, ist alles in bester Ordnung. Aber der Mensch ist nun doch so, dass er sich gerade dann nicht beherrschen kann, wenn er es müsste. Der Mensch darf nicht zu viel Vertrauen in sich selber setzen. Urso, Sie haben den Kampf mit der Natur nur einfach mit dem Kampf mit dem eigenen Ich vertauscht. Gut, nichts dagegen, aber die Gefahr ist dadurch nicht ein bisschen kleiner geworden. Sie wollen damit sagen, dass man das Bergsteigen lieber lassen sollte? Das habe ich nicht behauptet. Übrigens, selbst wenn ich das gesagt hätte, Sie würden sich nicht danach richten. Ich meinte nur, dass man mit dem Bergsteigen von einem gewissen Zeitpunkt an lieber aufhören sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe einen japanischen Klassiker von 1956 gelesen. Lesen wollte ich den Roman schon seit langem gefunden. Habe ich ihn erst kürzlich in einem Kopenhagener Antiquariat, das im Gegensatz zu den meisten anderen Antiquariaten dort deutsche Bücher zum Verkauf angeboten hatte. Nicht wenige. Und noch dazu zu einem Preis, wie man sie in Deutschland wahrscheinlich nirgendwo bekommen hätte. Ich hatte für die Eiswand von Yasushi Inua einen Euro bezahlt. Ich habe einen Euro bezahlt für ein Buch, in dem ich buchstäblich anderthalb Wochen gelebt habe, das mir zu einer liebgewonnenen Zuflucht wurde in meinem Alltag. Fast schon zu einem Zuhause, in das ich immer wieder zurückgekehrt bin. Also vor allem zu den Figuren, die es entwirft, aber auch zu den Ideen und Bildern und Fragestellungen, die es aufführt. Und es hat mich einmal mehr gelehrt, warum ich eigentlich lese. Nämlich weil es mich beglückt, weil es mich bereichert, weil ich mir die Leben völlig fremder Menschen oder Figuren so vollständig aneigne, dass ich einen Teil ihrer selbst in meine Welt hinüber transferiere, wenn man so will, und dadurch meine Welt gewissermaßen mit ihrer Präsenz anreichere. Ich habe bereits eine Novelle von ihm gelesen, also Yasushi Inua ist Jahrgang 1907, hat debütiert 1949 mit dem Jagdgewehr und das ist auch diese Novelle, die ich bereits von ihm gelesen hatte, eine zarte, zeitlose, wunderbare Novelle, die ich jedem von euch empfehlen möchte. Ich habe das irgendwann auch mal auf diesem Kanal besprochen und weil es mich damals so begeistert hat, so viel den Autor eingenommen hat, stand fest, dass ich mehr von ihm lesen möchte und daher hatte ich eben die Eiswand schon länger ins Auge gefasst und als ich das Buch dann da zufällig im Antiquariat entdeckt hatte, wusste ich, das muss mit und es wurde dann Zuglektüre unter anderem. Wenn wir uns zurückerinnern, das Jagdgewehr, das war ja eine Dreiecksgeschichte, platt gesagt und die Eiswand ist, ganz schematisch gesprochen, auch eine Dreiecksgeschichte, aber bevor ihr jetzt wegschaltet, weil Dreiecksgeschichte ja immer so nach Mief und 0815 und 19. Jahrhundert klingt nicht bei ihm nur, denn im Grunde ist das hier ein Abenteuerroman, ein Bergsteigerroman, ein psychologischer Spannungsroman, ein Rätselroman, ein Roman, der an die Kernfragen menschlicher Existenz rührt, wie das ja jede Weltliteratur tun muss per Definition, behaupte ich. Und dieser Roman ist Weltliteratur, auch das behaupte ich und habe Gründe dafür. Erstmal ist es ein Roman, der durch seine lebensnahe Schilderung eines Individuums besticht. Mindestens eines Menschen, eigentlich sind es mehrere, aber vor allem eine Figur begleiten wir Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, seinen Alltag, seine Gedankenwelt, seine Lebenswelt. Es ist ein leidenschaftlicher Bergsteiger, ein Angestellter, eine Handelsfirma, in Tokio lebend, Anfang 30 Uhr, so heißt er. Und der Roman beginnt mit dessen Ankunft in Tokio. Er ist, wie gesagt, ein leidenschaftlicher Bergsteiger und kehrt gerade von einer Bergtour zurück. Und es ist diese Ankunft in seiner Heimatstadt Tokio, die ihn immer wieder verstört, weil Tokio eine Stadt voller Leuchtreklame und blinkenden Neonlichtern ist. Und er ja tagelang nichts anderes gesehen hat, als das Weiß in den Bergen und die Abgeschiedenheit dort. Und auch die Stille, die ihn dort umfangen hat, während es hier in Tokio plötzlich ohrenbetäubend laut ist. Also, es beginnt mit diesem Kontrast. Ein Bergsteiger kehrt in seine Heimat zurück und ist noch ganz betäubt von den Eindrücken dort oben. Auch von der Einsamkeit, die er dort so genossen hat. Er ist nämlich diesmal alleine unterwegs gewesen. Normalerweise hat er einen Freund aus Studienzeiten bei sich, ebenfalls einen erfahrenen Bergsteiger. Kosaka heißt er, den er auch kurze Zeit später in Tokio trifft, in einem Lokal. Der, das kriegen wir sofort mit, von Anfang an unglücklich verliebt ist. In eine ebenfalls sehr junge, ich glaube Anfang 30-jährige, attraktive Frau namens Minako, die allerdings verheiratet ist und noch dazu mit einem 25 Jahre älteren Chefingenieur, glaube ich, von sehr hohem Ansehen, Kyo Nosuke heißt er. Ozu und Kosaka, die beiden Freunde aus Studienzeiten, sind schon öfter mal gemeinsam in den Bergen gewesen. Also eigentlich bei jeder Gelegenheit jährlich mindestens ein, zwei Mal. Und die beiden planen jetzt über Neujahr wieder eine gemeinsame Klettertour. Sie wollen im Hodaka-Gebirge eine bestimmte Eiswand, den vorderen Hodaka, wie sie ihn nennen, besteigen oder erklimmen. Das hat bislang noch nie jemand an einem Tag geschafft. Die beiden trauen sich das zu und fahren eben in die Berge. Jetzt hatte ich vermutet, wahrscheinlich verleitet durch den Klappentext, dass diese Bergepisode den Hauptteil des Romans einnehmen wird. Insofern war ich ziemlich überrascht, als die Episode nach 80, 90 Seiten schon beendet war. Und die eigentliche Frage, der eigentliche Komplex, um den der Roman hunderte Seiten lang kreist, erst hinterher gestellt wird, erst hinterher relevant wird. Es passiert nämlich dort oben in den Bergen ein Unglück. Die beiden sind, klettern gemeinsam an der Eiswand. Kosaka ist ein paar Meter über ihm, über Ozu. Es fehlen ihm nur noch 10, 20 Meter, als Kosaka abrutscht, abstürzt und wie sich später herausstellt, dabei stirbt. Ozu hat zunächst noch Hoffnung, bricht das Klettern natürlich sofort ab, macht sich auf die Suche nach ihm. Aber weder er noch die vielen Suchtrupps, die sich in den kommenden Tagen auf die Suche nach Kosaka machen werden, finde ich. Letztlich müssen alle darauf warten, dass der Schnee abschmilzt im Frühjahr, im April, denn jetzt Anfang Januar geht der Schneefall erst richtig los. Da hat die Suche also gar keinen Sinn. Die eigentliche Frage, die der Text jetzt verhandelt, ist die Frage nach dem Warum. Ozu behauptet, das Seil sei gerissen. Anders kann es ja nicht gewesen sein. Kosaka ist abgestürzt und das Seil hat ihn offenbar nicht aufgefangen. Wobei uns Lesern von Anfang an auch ein wenig Zweifel gesät werden an dieser Version, weil Ozu selbst keinen Ruck gespürt hat, als das Seil gerissen sein muss. Es ist ein großes Medienspektakel, das Unglück in den Bergen, das erste im Jahre 1955, das löst eine große öffentliche Debatte aus. Es gibt verschiedene Spekulationen, die grassieren, also gerade in der Öffentlichkeit unter dem Berufsbergsteigern. Da wird Osus Version von Anfang an in Zweifel gezogen. Es stehen verschiedene Theorien im Raum. Es wird zum Beispiel behauptet, die beiden seien nicht erfahren genug. Hätten das Seil möglicherweise unsachgemäß verwendet, zum Beispiel mit Nässe in Berührung gebracht. Oder, und das sind schwerwiegendere Beschuldigungen, das Seil wurde vorher abgeschnitten. Entweder von Kosaka selbst und ein Motiv hätte er gehabt. Also Selbstmord aus unerwiderter Liebe zu Minako. Dieses Motiv kann auch Ozu nicht leugnen. Oder, und das ist doch noch härter, trifft Ozu härter, dass Ozu das Seil abgeschnitten hat, um sein Leben zu retten. Also mit anderen Worten, dass er das Leben seines Freundes geopfert hätte. Das trifft ihn besonders hart, weil Kosaka sein bester Freund ist. Und überhaupt die Schilderung, wie Ozu in den nächsten Tagen und Wochen mit diesem immensen Verlust seines besten Freundes sich über Wasser hält, wie er diese Erkenntnis, dieses Ereignis allmählich verarbeitet, also der Trauerprozess, der ist sehr ergreifend und anschaulich und irgendwie menschlich. Die Selbstmordhypothese ist für Ozu genauso lächerlich, weil Kosaka wie er ein echter Bergsteiger war und in seiner Liebe zu den Bergen niemals die Würde der Berge auf diese Weise beschmutzt hätte, besudelt hätte. Das Motiv lässt sich aber nicht wegwischen. Die unglückliche Liebe zu Minako, die, als sie vom Tod erfährt, ein schlechtes Gewissen hat, dass sie so hart zu ihm gewesen ist und die allmählich zu der Überzeugung gelangt, dass Ozu seinen Freund nur decken möchte, dass er also weiß, das Seil ist gar nicht gerissen, sondern Kosaka hat Selbstmord begangen, dass er ihn aber, dass er diese Lüge nur in die Welt setzt, um seinen Freund vor Schande zu bewahren. So weit. Zu all dem kommt noch ein weiteres Problem hinzu, in dem Ozu nämlich den Zeitungen gegenüber, die ihn so zahlreich interviewen, hartnäckig darauf beharrt, zu sagen, das Seil ist gerissen, also muss es ein schlechtes Seil gewesen sein, dieses Nylonseil, das sie benutzt haben. Im Japan der 50er Jahre war das Nylonseil offenbar gerade im Begriff das traditionelle Hanfseil abzulösen und es kann ja nicht sein, dass ein Nylonseil, das gerade für diese Art Belastung konzipiert ist und der neueste Schrei auf dem Markt ist, dass das bei so einer Situation reißt. Indem er also sagt, dieses Seil muss irgendeinen Defekt, irgendeinen Mangel haben, fügt er natürlich der Seilherstellerfirma einen großen Imageschaden zu und die Firma, bei der Ozu angestellt ist, neuer Ostasienhandel, wird zu einem Großteil finanziert von dieser Seilherstellerfirma. Es gibt da also einen Interessenskonflikt. Um Klarheit in der Situation zu erlangen, wird dann ein sehr aufwendiges, kostspieliges, wissenschaftliches Experiment durchgeführt, das die Leistungsfähigkeit des Nylonseils im Vergleich zum Hanfseil überprüfen soll. Und betraut wird mit diesem Experiment Kiyonosuke. Das ist dieser 25 Jahre ältere Ehemann von Minako, die vom toten Kosaka gefreit wurde. Also wir sehen, da gibt es zahlreiche innere Verflechtungen. Irgendwann tritt auch noch die jüngere Schwester von Kosaka auf den Plan Kaoru, die mit Minako rivalisiert, aus Gründen, die ich jetzt nicht verraten möchte. Ich will euch auch den Ausgang des Experiments nicht verraten, weil ich glaube, dass dieser Rätselroman, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, fälschlicherweise wahrscheinlich, warum erkläre ich gleich, schon seine Wirkung daraus schöpft, dass man sich als Leser selbst in der Position des Rätselnden befindet und also auch in der Position des Unwissenden. Rätselroman trifft es aber trotzdem nicht ganz, weil der Autor oder der Roman uns die Auflösung schuldig bleibt. Das mag irgendwie unbefriedigend sein, aber letztlich erkennt man, so ist das Leben. Um das Ganze jetzt nochmal ein wenig zu ordnen, weil das vielleicht etwas konfus geklungen haben könnte, wir haben also auf der einen Seite Osu, der behauptet, so und so ist es gewesen, das Seil ist gerissen, um den sich, wenn man so will, das menschliche Vertrauen formiert. Auf der anderen Seite die Presse, die Öffentlichkeit, die Zeitungen, die sich schamlos über Osus-Versionen wegsetzen und jeweils eigene, teils sehr verletzende Spekulationen in die Welt setzen. Dann gibt es nahestehende Figuren, bekannte Freunde mit jeweils eigenen Vermutungen und es gibt die Wissenschaft, die eine ganz eigene Wahrheit konsolidiert, die im Widerspruch zur Osus-Version steht. Und daran knüpft sich eine philosophische Frage, eine durchaus beabsichtigte philosophische Frage an, nämlich wem vertrauen wir? Der Wissenschaft oder einem Menschen? Und stehen hinter der Wissenschaft nicht auch nur Menschen? Darf also die Wissenschaft so etwas wie einen Wahrheitsanspruch, einen Objektivitätsanspruch stellen? Gegen Ende hielt dann ihn nur für mein Empfinden das Niveau nicht mehr ganz. Also während es die ganze Zeit auf höchstem Niveau war, bröckelte es am Ende ein wenig. Ich meinte da ein paar Unplausibilitäten erkannt zu haben, wobei manch scheinbare Unplausibilität vielleicht auch einfach nur mit der erschreckenden Stellung der Frau im Japan der 50er Jahre zu tun haben könnte. Also ich war verstört davon zu lesen, wie der Ehemann von Minako, also beispielsweise in deren Ehe, nur in die Hände zu klatschen brauchte, um Teeservier zu bekommen. Wie die Ehefrau sich vom Mann abmelden muss, um für zwei Stunden das Haus zu verlassen. Wie die Frau im Grunde den ganzen Tag nichts anderes tut, als die Ankunft des Ehemannes zu erwarten, um ihm abends eine Mahlzeit zu bereiten. Also es ist ein Japan der Konventionen und Zwänge, ein Japan, das in ein ganz enges moralisches Korsett gezwängt ist, auch das ist ganz und gar tabuisiert, dass eine bereits verheiratete oder verlobte Frau zu umgarnen, zu umschmeicheln. Also das hat mich dann doch sehr verstört. Und weil eben jeder gute Roman auch ein Gesellschaftsroman ist, bekommen wir nun mal genaue Einblicke in das gesellschaftliche Leben, in das Verhältnis von Mann und Frau. Und in der Beziehung zwischen Minako und Kiyonosuke spielt auch noch eine Rolle, dass natürlich Minako 25 Jahre jünger ist als ihr Mann, sich noch jung fühlt, sich nach Jugend sehnt und das Gefühl hat, vom Alter ihres Mannes herabgezogen zu werden. Die Liebe ist ein zweites philosophisches, auch ethisch-philosophisches Thema. Überhaupt werden die ganzen existenziellen Fragen relativ beiläufig, würde ich fast sagen, in Gesprächen thematisiert. Was ist Liebe? Soll man seinem Verlangen nachgeben? Auch worin besteht der Sinn des Bergsteigens? Worin kann der Sinn einer Tätigkeit bestehen, sein Leben beständig Gefahren auszusetzen? Wortführer solcher Diskussionen ist häufig ein herrlich raubeiniger und ruppiger Typ. Das ist Tokiwa, der auch das Gespräch geführt hat in der Passage, die ich ganz am Anfang vorgelesen habe, wo er mit Ozu kurz bevor er in die Berge fährt. Über das Bergsteigen spricht, philosophiert und ihn zu überzeugen versucht, doch mit dem Bergsteigen aufzuhören, weil letztlich früher oder später jeder Bergsteiger sein Leben in den Bergen lässt. Und damit sollte er tatsächlich Recht behalten. Um abschließend vielleicht noch ein bisschen persönlich zu sprechen, mir hat dieses Buch, dieser Roman, große Lust auf japanische Literatur im Allgemeinen gemacht. Japan ist ein Land mit einer ganz großen, gegenwärtigen Literaturproduktion, aber auch einer großen Literaturtradition natürlich. Und für mich ist das Land bis dato ein weißer Fleck auf meiner literarischen Landkarte. Ich hoffe, nicht mehr lange. Ich hoffe auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch einen wundervollen, sonnigen Tag. Und wie sagt man in Japan? Sayonara, oder? Adieu, bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik Übersetzt vom großartigen Oskar Bene. Das habe ich vergessen zu erwähnen.